Herzlich willkommen bei uns im Restaurant Gröninghof in Faradangast. Unser Restaurant befindet sich in einem geschichtsträchtigen alten Bauernhaus, bietet eine ausgesuchte Speisekarte, mit Fischsorten von Nordsee und Atlantik, sowie Fleischgerichten, die je nach Jahreszeit variabel an unserer Speisekarte zu finden sind. Suppen, Vorspeise, Desserts, sowie Salate und Nudelgerichte runden unser Angebot ab. Saisonal bieten wir Maischolle, Spargel, Pfifferlinge, Matthias, Gänseessen, Wild- und Grünkohl an. In unserem gemütlichen Restaurant, mit typisch friesischem Ambiente, finden bis zu 70 Personen Platz. Diese Räumlichkeiten stellen wir auch gern für geschlossene Gesellschaften, wie größere Familien- und Firmenfeiern, zur Verfügung. Für kleinere Feierlichkeiten, bis zu 35 Personen, steht ein separater Gesellschaftsraum zur Verfügung. Natur pur und himmlische Ruhe, fernab aller Alltagsrektik, bietet Ihnen unsere herrliche Gartenterrasse. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst, wir würden uns freuen, Sie einmal persönlich begrüßen zu dürfen.